so herrschaften so sieht es momentan auch bei mir aus ist es also wenn man genau sieht hängt hier schon so was wie die ist noch raus und die hängt traurig darunter weil ich noch nichts angeschlossen habe und es soll halt anders sein also es ist auch total unaufgeräumt und also wie man sieht also es chaos ja so in zwei reihen und sowas und hier sieht eigentlich genauso aus also das chaos und hässlich und verstaubt und lasse ich das nicht ich habe mir nämlich gedacht wie ich das letztes ja auch gemacht habe ich werde aussortieren weil da steht so viel ich wollte gerade grümpel sagen da stehen so viele bücher drin die ich in den nächsten jahren nicht lesen werde einige ich nenne es mal sammlerstücke die ich auf jeden fall nicht unmittelbar lesen will aber da bin ich froh die zu haben wie gesagt das steht in zwei reihen und so das ist unaufgeräumt ich will wieder bücher spenden das heißt ich werde jetzt gleich ausmisten und spenden die aussortierten bücher werde ich spenden ich werde jetzt hier nicht auf booktube in youtube auf facebook wo auch immer verschenken oder verkaufen sowas werde ich nicht machen ich werde in krankenhäuser gehen zu sozialkaufhäusern und werde da wo ich auch bücher kaufe die bücher die es in den nächsten jahren bei mir nicht auf die leseliste schaffen dort wieder spenden und das mache ich jetzt und dann sehen wir uns gleich hoffentlich in einem halbwegs leeren aufgeräumten aber wenigstens sauberen staubfreien bücherregal wieder okay ich probiere das jetzt mal so vielleicht sieht es auf den ersten blick noch nicht leer aus weil das liegt daran dass nicht leer ist aber es ist auf jeden fall ausgemistet ja ich weiß es sieht nicht so aus aber die zweiten reihen sind verschwunden in den beiden und hier sieht es ähnlich aus ja also wenn wir das da mal ignorieren dass das das wird sich noch ändern weil ich habe ja noch nicht sortiert aber auch sortiert habe ich und zwar so viel ich hole ein licht so jetzt müssen einige mal ganz stark sein ja da sind einige bücher die ich gelesen habe da sind einige bücher dabei die ich in den nächsten jahren nicht lesen werde ich habe die kartons alle drei nicht ganz voll gemacht weil sonst sind sie zu schwer zum tragen und ich muss hier noch irgendwie transportieren aber ja auch sieben king bücher tatsächlich dabei viele bücher die ich noch nicht gelesen habe viele bücher die ich gelesen habe viele bücher die ich in nächster zeit nicht lesen werde und so sieht das ganze dann halt aus und das nächste ziel wird dann die festtags beleuchtung also neben der lampe dann sein dass ich halt so ein bisschen weihnachtliche stimmung hier in meiner olle hütte krieg ja und wie ihr es richtig erkannt habt terminlich hat es nicht ganz gepasst vor nikolaus oder zu nikolaus die bücher auszusortieren und zu spenden vor weihnachten wird es auf jeden fall klappen weil ich bin ja jetzt quasi schon so weit es geht ja jetzt noch mal ums aussortieren wie es mit der qualität aussieht und ich habe mir gedacht so richtig platz ist da ja immer noch nicht und es sollte eigentlich viel viel mehr rausgeschmissen werden ich werde noch mal einen zweiten blick riskieren ich werde nicht filmen wie ich die bücher spende weil privatsphäre und so und nein das werde ich nicht tun ich werde dann aber berichten denke ich mir so und jetzt wage ich mich an die beleuchtung weil das ja letztes jahr schon so gut geklappt hat probieren wir äh take 2 tadaaa ich präsentiere mein weihnachts bücherregal im anderen regal was ungefähr da 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 so steht habe ich keine lichterketten aufgehängt weil ich den platz brauche da ist nämlich mein supf drin und da sortiere ich noch einen aus und mache da so meine updates drin das ist meine gelesen liste mal fleischgewordene buchgewordene leseliste da muss ich noch sortieren und da gibt es am ende des jahres anfang nächsten jahres noch irgendwie ein update zum 19 für 2019 sub verknüpfen mit dem 18 für 18 und dem 20 für 20 deshalb hängen da keine lichterketten deshalb ist es da jetzt tatsächlich etwas mehr geworden so jetzt wird es gemütlich und verknüpfen und wenn auf wie auf wir Das war's für heute. Ich bin's Rudi, ich bin hier der Weihnachtsmann und ich werde euch ein bisschen was erzählen und Doppellieder schicken, so wie man das an Weihnachten auch in meiner schwedischen Heimat macht. Da fällt mir gerade ein Gedicht ein, fang mal auf. Christmas ist im Eimer. When the snow falls, wunderbar, and the children happy are. When the blood ice on the street, and we all a blue wine need, then you know, it is so white, she is here, the Weihnachtszeit. Every parkhouse ist besetzt, weil die people fahren jetzt all to kauf auf Mediamarkt, kriegen nearly Herzinfarkt. Shopping, hirnverbrannte Sings, and the Christmas Glocke rings. Merry Christmas, Merry Christmas, hear the music, see the lights, frohe Weihnacht, frohe Weihnacht, Merry Christmas allerseits. Mother in the kitchen bakes, Schoko, Nuss und Mandelkeks, Daddy in the Nebenraum, schmückt a riesen Weihnachtsbaum, he is hanging off the balls, then he from the lighter falls. Finally the Kinderlein, to the Zimmer kommen rein, and it sings the family, schauerlich, oh Christmas tree, and the jeder in the house is packing die Geschenke aus. Merry Christmas, Merry Christmas, hear the music, see the lights, frohe Weihnacht, frohe Weihnacht, Merry Christmas allerseits. Mama finds under the tunnel a brand new Teflon-Pfanne, Papa gets a Schlips and Socken, everybody does frohlocken. President speaks in TV, all around is harmony, bis Mother in the kitchen runs, im Ofen burns die Weihnachtsgans. And so comes the Feuerwehr, with Tatoo-Tata daher, and they bring a long, long Schlauch, and a long, long Leiter hoch, and they schreie, Wasser, Marsch, Christmas now is im Heimer. Merry Christmas, Merry Christmas, hear the music, see the lights, frohe Weihnacht, frohe Weihnacht, Merry Christmas allerseits. Merry Christmas, appreciate the heat.